Und man hätt sich das immer nur nicht da, oder? Danke, Michel! Und herzlich willkommen in einer weiteren Folge Arma... Arma sag ich schon! Oh mein Gott, was ist das für ne Aufnahme? Rainbow Six Siege mit dabei ist der DadoCard, der Jallustus, der Bayerische Löwe und der Kai. Seid gegrüßt. Guten Tag. Servus. Wo gehen wir rein? Super, ich hab... Super. Ich kann nix auswählen, weil ihr euch sofort die Klassen weggegrappt habt. Ne, halt, hier hab ich noch einen. Sehr gut. Toll, ich muss blind picken, ich hab keinen Aufzeiger. Warte, dann hab ich nen anderen. Gehen wir rein? Rover Dox oder APC Area? Ja, legt mich mal. Ich glaub, ihr müsst was freischalten, hey. Hab ich schon gesehen. Ah, ich bin jetzt dieser Typ mit der Sprengladung, da seh ich gerade hier. Frag Grenade? Nein, Breach Charge. Was hab ich denn hier? Geiles Zeug. Okay. Ich bin der russische Rainbow. Und deine Maus ist weg, dann hier, oder wie? Ja, das ist ein bekanntes... Ja, ein Rainbow Six. Das die Maus verschwindet. Ja, sorry für den Anfang, aber der Micha hat ein bisschen dazwischen gequatscht. Entschuldigung, doch mal leid. Da muss ich wieder schneiden, hier. Ja, unglaublich. Immer diese Mission. Der Keller ist frei. Ich bin hier draußen im Pool. Ich schätze mal, oben ist die Bombe. Ganz oben, ne? Jo. Im Keller ist sie schon mal nicht. Ich fahr grad die Treppe hoch. Die haben mich auch schon entdeckt. Die Bombe ist oben. Du kannst auch beim Fahren scannen, ne? Ne, ne, ich will nur sie mal, dass sie mich nicht töten. Hab sie. Sehr gut. Ich hab drei Gegner hier. Guck mal wie wir hier rumfahren, ey. Wie verrückt, ey. Ah fuck, ich bin ausgeschalten. Da ist auch noch einer. Überhaupt nicht auffällig, ey. Ah! Ich hab meine Drohne zerstört. Die Sau. Ich komme gleich von oben, hätte ich gesagt, oder? Ja, oder? Wir gehen oben übers Dach ran. Ja, ich würde auch. Ja. Das ist schon geiles, spür ich dich. Was mit dem internen Badezimmer, direkt hinter dem Fenster, wo der Igel vorsteht. Ist hier irgendwas hinter. Schöne Breach-Charge, wenn du Lust hast. Will dir noch einer Infos haben? Ja. Kannst du die markieren? Okay. Ne, markier nicht. Aber ich kann gucken, wo Kameras oder ein Hardbeat sind. Das hier unter mir, in dem Raum ist auch was drin. Genau da, wo ich jetzt stehe. Okay, der Kai macht kurz einen Prozess, merke ich Kai. Ah. In dem Raum ist voll. Ja, Lust ist. Hier sind mehrere Sachen drin, in der Kammer. Oh, bei mir war ein C4, Alter. Alter. Direkt noch am Schlafzimmer her. Die Großen. Nehmen wir mal rein. Da ist er. Habe ihn. Ja. Ja. Ja schön. Ohne einen Toten. Ja. Ich hab erst gedacht, da unten ist die Drohne. Was ist da los? Ja. Ja, ich hab... Ich wollte eigentlich vorausschauen, wer... wo... wo... wo eine ist, wisst ihr? Alter, die haben keinen einzigen erschossen, gell? Na. Ist schon bitter. Was ist denn jetzt? Jetzt will ich keinen Russen mehr. Jetzt hab ich ein Doktor-Ding da und der ist geschlossen. Was geht denn ab? Was hast du denn ab? Halt, ich nehm ein Ding. Ein Mute. Der kann auch irgendwas. Was kann jetzt der wieder? Der Mute. Der hat... Was hat jetzt der? Der Lust ist, dass er da vom Tanky. Wie gehen wir denn hin? Ach genau. Der Mute ist praktisch der, der wo das Teil hat, dass er die Drohnen stören kann. Ah, das ist aber cool. Finde eigentlich ganz cool. Ja, die stelle gleich unten an die Treppen, dann können wir schon mal nicht hoch oder in den Keller runter. Ich bin mal gespannt, ob die an Smoke noch was ändern werden, weil das ist ja der absolute treue Charakter. Oh ja. Warum? Der hat doch äh... Ja, das Giftgas. Aber dann kannst du ein ganzes Team töten. Ja, finde ich auch öfflich. Das ist was andere. Ich geh jetzt auch in die Garage gleich mal und hau da so ein Ding rein. Okay. Ich hau jetzt da gleich mal so ein Ding her. Achtung. Okay, in der Garage ist es nicht. Da hau ich mal was her. Was suchen du, Salf? Ne, ich will hier nur die ähm... Die Toxic-Scheiße da hinschmeißen, damit die... Da kommen die Drohnen! Ja, sind auch bei mir in der Garage zwei. Wir haben die Bombe eh. Sind schon da drinnen, oder? Ja. Was ist das? Ist Kump. Wird zwei gekillt. Da hat der Rotzen. Also ich bin nur in der Garage. Bei mir auf der Ecke die ganzen Granaten ab. Also versucht euch auf die andere Seite zu konzentrieren. Noch eine Drohne da an. An der Garage ist noch keiner. Wundert mich eigentlich. Ralf, komm rauf! Jetzt geht's auf! Ah, Mann ey! Hab ich's erwischt? Nein! Die gegen vier aber... Ja, ich hab da ohne CS Gas gerade... Ja, ich hab CS Gas eigentlich schon. Ja, ich bin nur in der Garage und sind gestorben. Shit. Okay, ich scanne sie mal für euch. Wie gesagt, war ich in der Garage gerade. Boah, nein! Ist der ernsthaft? Ohhhh! Teamkill! Mist. Du musst mir mal sagen, wenn am Fenster einer ist... Ja, da kommt einer rein! Nein, das bin ich! Nein! Nein, das bist du nicht! Er gehört doch gar nicht raus! Wenn der eine Granate hat, bin ich... Oh, oh! Oh, Mann! Warte mal, ey! Oben ist einer, spring jetzt in die Lobby. Ich scanne ihn. Hinter dir, IG1. Den haben wir. Ich komm jetzt hier aus der Ecke raus. Ja, dankeschön. Wunderbar. Oben ist noch einer. Über dir, über dir. Oh, scheiße! Der hat ein Schild! Haben sie gescannt. Ach guck mal, ich bin noch schon weg! Der Schild-Typ ist fast tot! Ey, mit dem scheiß Schild, ey! Hast du das gesehen, ey? Ich war eigentlich schon weg und dann bin ich noch gestorben. So ein Schwarm! Kann ich um die Ecken scheißen, oder was? Aber mich trägt das auf, dass es mit dem Gas nicht funktioniert hat in der... ...und... Der fliegt dir die Kugel nach, ey! Du siehst, Ries unten links! Ah, jetzt hat er die Kamera ausgeschnitten. Sack! Nimm die 5! Ne, der lebt in... Jetzt hat er... Oh! Der hat nur noch 20 HP! Da hast du ihn an die Beine erwischt! Jawoll! Beine! Boah! Schade, Mann, Alter! Schade! Geile Runde, aber! Also! Ja, mit dem Schild, das ist doch scheiße, oder? Ja, der Schild... Im Schild, da bist du voll ausgeliefert, irgendwie! Ja, den kannst du eigentlich fast nur zu zweit holen, oder mit einer Granate! Außer er ist in Bewegung, da musst du schauen, dass du ihn an die Füße erwischt! Wenn er sich bewegt, weißt du ja, dann hebt er das Schild, dann kannst du ihn an die Beine erwischen! Ja, aber da brauchst du ja halt auch wesentlich mehr Treffer, und er schießt ja in der Zeit auch zurück, sonst ist halt echt nicht so einfach! Ja, das ist ja das Problem! Ja, das ist scheiße! Am Anfang... Der gehört mit dazu, ne? Jetzt haben wir ja auch dreimal schild! Die erste Runde war gut, machen wir das nochmal? Warte, wir gucken erstmal wo sie sind! Stimmt, wir haben drei Schilder! Also ich bleib mal beim... Aber was kann eigentlich dein Schild? Nein, ich umkursche dich über MG! Du bist doch Fuse, du hast... Achso, du hast MG genommen, dieses Schwere? Ja! Okay! Ich finde, der Schild ist irgendwie ein Klump! Ja, ich bleib aber hinter einem von den Schildern! Jetzt! Wieso, wir haben doch die erste Runde... Ja, die war gut! Die war gut, ja! Einfach jetzt genauso! Okay! Bestes Schild hat sich so die deutsche Polizei! Weil die haben da noch so einen... so einen Blitz mit drin! Ja, das stimmt! Fünf Flash-Granaten hängen vorne dran! Ja! Bisschen OP, aber... Unten im Keller machen sie zu! Ja, dann sind sie schon im Keller! Haben wir da... Hier noch einer, noch zwei! Die machen den Keller dicht, aber ich hab das Ding noch nicht gefunden! Hier vier... Kriegst mich nicht! Du kriegst mich nicht! Ja, die sind nicht im Keller! Im ersten Stock ist es auch nichts! Also im Keller sind drei... Doch, doch, doch! Im Keller ist es! Und bei den Autos! Ach, in der anderen Garage, alles klar! Hier! Habt ihr schon gescannt? Ja, ja! Ich scanne hier viele Leute! Ich glaube, ich habe alle! Nice! Oh ja, zu scannen! Das gibt Punkte! Hahaha! Ich hab... Ich darf jetzt sagen, wir greifen gleich! Rolf, du hast doch so ein Teil, oder? Was das aufschneiden kannst, geil! Ja! Soll ich hier in die Garage von vorne, oder? Ihr Lust ist, ich... Warte, wir müssen mich hier links nur schützen, ne? Warte mal eben! Nein, nicht dort, das bringt nichts! Doch, doch! Ich kann durch, ich stehe auf der Wände! Ich kann da durch! Ja, machen wir! Aber das geht nicht, glaube ich, weil du hast keinen Termit drin, oder? Ich glaube, Termit! Ich habe Termit! Das geht nicht, du brauchst einen Termit! Okay! Du musst Achtung, Achtung, Granat! Ab rein, 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 rein! Achtung, vorne! Vorne deine Mane! Du schaust durch! Pass auf, reif die Wand hinter dir, die können den Loch reinschießen! Okay! Und hinter dir auch bitte aufpassen, dass ich von außen komme! Nice! Die Breach gegen diese verstärkte Wand ist einfach voll OP! Ja! Damit hat keiner gerechnet, dass wir das Ding aufmachen! Ja! Du kannst kein normales Breach-Teil an verstärkte Wand hersetzen, das hilft dir nichts! Zwei Leute kommen nur durch verstärkte Wände, also zwei Charaktere! Ja! Die haben Termit dabei, die schneid sie rum! Und der mit dem Vorschlaghammer! Ja! Genau! Aber das war einmal, ich würde sagen, sehr offensiv gerade, diese Hunde! Oh ja! War lustig! Der Smoker! Die Nito-Teil ist schmeißen und explodieren, ne? Wie eine Granate, dieses C4! Warum gehen wir eigentlich in den Kids-Bedroom, alle? Gerade der Erste! Weil wir sollen das Spiel löschen! Ja, war ich gut! Ich geh in den Living Room! Mach da unten ein wenig dichter, ein wenig für Unordnungsräume! Das ist meine, der ist unten! Geht gar nicht! Oh! Ja, richtig! Es geht gar nicht! Kannst gar nicht! Ich warte jetzt einmal da auf die Drohne! Du bist doch der Smoker, ne? Genau! Warte auf die Drohnen, die kommen bestimmt gleich wieder! Da ist schon eine! Eine Drohne weg! Sehr gut! Zweite Drohne weg! Zweite Drohne weg! Zweite, dritte Drohne weg! Sehr gut! Zweite, dritte Drohne weg! Zwei noch! Kammerjäger, Ralf! Genau! Die Ratten! Okay, mach nichts tun! Da ist eine Drohne! Hinter dieser Drohne da! Vierte Drohne weg! Ja! Bleiben wir unten, Ralf? Ja, ich bleib hier unten! Dann bleib ich bei dir dann! Ja! Bei uns war, äh, Donder? Das Treppenhaus hätt ich! Weil wenn da jetzt wieder mit einem Schild kommt, kann ich ihm in den Rücken schießen! Pass auf Ralf! Da kommen wir! Rechts, hinter dir! Na und auch vom Eingang! Schmeißen da Gas weg, was siehst du? Ja, ja, wir weg! Badezimmer! Oben! Ist das Gas noch da? Hab ich das gezündet gerade? Oder muss ich es noch zünden? Die Treppe hätt ich da unten, die Treppe hätt ich! Okay, nice! Flix noch! Hab ich, hab ich, hab ich! Hab ich! Hab ich! Links war noch einer! Der stand da an der Tür! Okay, oh, die Granaten! Von links oben an der Treppe! Schild, Schild, Schild! Oben Schild, oben Schild! Komm hier hinter die Ecke! Warte, ich reiß dir das ein, dann können wir hier abhauen! Ach Scheiße! Komm hier zur Schild! Er ist immer noch! Als ob! Immer noch in den Ballerzimmer! So genau die Waffel! Genau links, links Jakob! Oh, links! Ja, links! Nein, 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 links! Hinter der Wand, hinter der Wand! Da hinten! Roter Punkt! Genau! Nein! Nein! In dem Ballerzimmer! Er kommt jetzt rein! Hinter dir! Oh, fuck! Ja, der mit seinem Scheißschild! Schau mal! Hau ab! Das ist der Aula! Schau! Er ist immer noch oben! Jetzt kommt er dir hinterher! Er kommt jetzt die Treppe runter! Ja, dann geh erst! Das ist mir scheiße Gold! Jetzt ist er doch! Er bleibt oben! Jetzt sehe ich ihn nicht mehr! Wie er abhauen will! Okay, mit dem Ausschlecken! Dein Signal, das Raptor hast du noch gar nicht benutzt! Was ist los? You've been spotted! Sing der jetzt mich direkt, wo ich bin, oder? Ja, immer mit ein bisschen Verzögerung, so'n roten Punkt! So, war immer aufs Haus gelaufen, oder? Er hat ja noch Zeit, also ist ja gar nicht so verkehrt! Oh! 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 Die haben jetzt ein Scheißschild, der regt mich auf! Knapp doll weißt ein MG, du Ratte! Ja, aber Wahnsinn! Zweimal durchs Holz und weg war er, ey! Ja, der Schildtyp, er hat alle geholt! Er hat einfach alle getötet! Schildtyp! Jetzt jetzt! Da bin ich zu dritt! Jetzt sind's bloß jetzt zu dritt! Wobei, jetzt haben wir einen Angriff, jetzt gewinnbar! Jetzt nutzen wir's weg! So, Daniel, die Folgen, wie machst du die immer? Machst du zwei, drei hintereinander, oder? Jetzt sind's bloß jetzt zu zweit! Nö, weil das sind jetzt 15 Minuten! Immer ein Match, also... Alles klar! Es sind nur noch zwei Leute! Ja, die sollten wir hinkriegen! Scheiße! Scheiße! Ich finde das Schild auch nicht stark! Sollte man immer so ne normale Granate mithaben! Connection Failure! Der ist auch! Nein, du solltest aber neu reconnecten können! Das hatten wir schon mal, glaub ich! Wir sind auf jeden Fall im Erdgeschoss! Kann man denn reconnecten? Hier sieht nicht so aus! Ah! Das macht jemand zu Ende! Die Bombe ist im Erdgeschoss, ja! Oh, fuck! Da ist das Licht ausgegangen, gell? Ja! Da muss gleich! Jawohl! Jawohl Ralf, bleib ein wenig stehen, dann können wir ein wenig Fotos machen! Pfff! Punkte! Punkte sammeln! Perfekt! Begein der Biohazard Container location! Ist das Dach wieder, oder? Um Verwirren zu stiften! Ich.. Würd da jetzt Red ins Fenster reinballern hier! Warte mal, ich schmeiß da jetzt so eine Mine, die wär so pff-pft-pft macht, weißt ja? Achtung. Ja alles klar. Schießt. Achtung. Ich habe nur Granate reingehauen. Die haben ja weggehauen. Ah Gas, Vorsicht, Vorsicht. Aber der war nice. Oh Gas. Hop Kai, mach weg das Ding. Ich bin nicht Draucher, danke. Ich gehe von unten rein. Alter, der Russ, der hustet heute. Das ist ja Wahnsinn. Der hustet immer noch. Okay. Kai, wo ist der Typ? Ich sehe ihn nicht. Hinten in der Ecke. Hinten auf dem Sofa. Okay, danke. Top 4 neutralized. Blue 4 successful. Wir haben gewonnen, der Adukat. Wooo. Scheiße. Ey, jetzt wollte ich jetzt 5. Ist scheißegal. Wir sind bestimmt disconnected worden, weil ich glaube nicht, dass die freiwillig rausgegangen sind. Ja, das kann wirklich sein. Weil es ist ja 2-2 gestanden. Bei mir ist, wo ist jetzt irgendein anderer im Team hier? Seht ihr den? Krono ist weg. Ja, das ist irgendein anderer auf einmal im Team gewesen für uns. Jetzt gibt es schon noch keine Punkte. Oh, ja, schon wieder keine Punkte. Ach komm. Du, Adon. Nein. Ach komm, er ist so scheiße, oder? Bito. Naja, gut. Aber die Punkte sind ja auch an sich, ey. Das war ja nicht ehrenvoll gewesen, die Punkte. Punkte wären ja nicht ehrenvoll gewesen. Ich möchte mich dann mal bedanken fürs Zugucken und wünsche euch noch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Schöne hier. Untertitelung des ZDF, 2020